Willkommen, mein Name ist Lutz Reinhardt von Profischnapp.de und ich zeige Ihnen heute ein Sofa von der Firma Chimola aus der Serie Planopoli, Modell 1302, Variante 82O12, in Stoff Q2 Struktur Coast, also ein echter Q2 Stoff, ein Sofa mit viel Funktion, ich schildere Ihnen Vor- und Nachteile, zeige Ihnen die Funktion und den Sitzkomfort. Das lege ich mal zur Seite, das Sofa ist relativ groß, also macht was her und hat vor allen Dingen zwei super duper Komfortsitze. Hier hat es vier Tasten, ich drücke drauf, der fährt raus, jetzt fehlt mir was am Rücken, dann hat es hier oben zwei Tasten. Aha, jetzt kommt der Rücken, vielleicht besser, wenn man zuerst den Rücken macht, sehen Sie. Jetzt fahre ich zurück, nochmal vor. Also das mit den Tasten ist gewöhnungsbedürftig, vier Tasten, man drückt oftmals die falsche, aber ansonsten einen super Liegekomfort, hier eine gute Lendenstütze, Sie brauchen keinen Platz nach hinten, der Beschlag ist wall free und richtig stabil ist der Beschlag auch. Ich gehe mal auf die andere Seite, da geht es genauso, mach das jetzt mal richtig, erst den Rücken hoch und dann den Rest. Also man kann hier zu zweit liegen, lümmeln, lieben, alles was man so macht, hohe Qualität, habe ich schon gesagt, Knöpfe okay, könnte man eine bessere Steuerung haben, aber ansonsten lässt sich nichts mäkeln. Klar, das ganze Ding wirkt etwas wuchtiger, weil natürlich muss die Technik irgendwo hin, schon ein sehr, sehr hochwertiger Beschlag. Das Ding kostet auch richtig Geld, wenn Sie das neu kaufen, würde ich sagen, liegen Sie so bei ungefähr 3000 Euro. Aber das ist jeden Cent wert, wenn Sie Bequemlichkeit lieben und das Besondere haben wollen. Advertising, bei profischnapp.de in 7286 Empfingen oder online finden Sie jetzt diese Schnäppchen zu einem Bruchteil des Preises, weil es ein Musterstück ist. profischnapp.de, Ihr Online-Outlet für Markensofas. Sie können bei uns online shoppen oder Sie kommen nach Empfingen, 50 Kilometer südlich Stuttgart. 30 Minuten vom Autobahnkreuz Stuttgart, direkt an der Autobahn A81. profischnapp.de, meine Profession. Ich freue mich, wenn ich Sie kennenlerne. Dankeschön und Tschüss, Ihr Lutz Reinhardt.